so das wird auch mein sandnägel für dieses video erstelle ich mir mein sandnägel oder meine sandnägel eingeschoben auf zeichenbereich dann werde ich das zusammenschneiden und dann würde sagen nein was ist das mit dem video für heute ich habe gesagt das video wird nicht lang dauern und dann werde ich das einfach hier oben beim menü nicht unterdrücken sondern ihr speichern und da und dann würde ich das so sage ich mal unter th das sandnägel einspeichern das heißt sie können die app ganz leicht finden und zwar geht hier unten bei einem laptop oder pc einfach ein hier und zwar oder wenn sie in der necke geschrieben haben wir einfach das wort ausschreiben dann würde ich sagen wasser schon mit dem shop wie du heute mit dem video wollte ich weiß das video ging jetzt manchmal eine minute oder so ist mir aber auch rein theoretisch egal denn ich sehe dann jetzt wieder nichts ist auch gut so denn ihr findet ihr oben eingeblendet meinen kanal und dann das letzte geladene video und dann würde ich sagen falls wir kennen noch diesen supporter creditcode eingehen creditcode siki hat noch eine traumhafte zeit fast heute ein update gekommen ist werden natürlich auch vielleicht wisst es ja ich bin in der abschlussklasse das heißt abschlussbriefung etc 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 bis zum nächsten video hier auf youtube